Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games und heute mit einem neuen Dr. Panda Spiel, Leute. Für diejenigen unter euch, die schon den Titel gelesen haben, die wissen schon Bescheid, wir spielen heute Dr. Panda Racers. Wir sind heute echt schnell unterwegs mit dem neuen Spiel von Dr. Panda. Oder bei uns dem neuen Spiel Dr. Panda. Und wir sehen hier die Katze. Wow! Wow! Die sind aber schnell unterwegs. Wir haben Zuschauer, Dr. Panda Racers. All die Freunde, die wir schon eigentlich kennen, wobei die Schildkröte kenne ich noch gar nicht. Schweinchen kenne ich, den Hund kenne ich und dieses Würmchen da kenne ich auch noch nicht. Könnte aber auch nur Wurst sein. Leute, heute Dr. Panda Racers, ab 0 Jahren geeignet, iOS und Android verfügbar und wir starten jetzt. Mal gucken, was wir alles in diesem Spiel hier machen können und das wird wahrscheinlich nicht der einzige Teil heute sein. von Dr. Pandas Racer. Wow! Was für ein cooles Fahrzeug. Okay. Ah! Jetzt muss, glaube ich, der Wagen erstmal... So. Wir können den Wagen hier, glaube ich, auch sauber machen. Okay. Was hätten wir denn hier machen können? Können wir nicht zurück? Doch. Vielleicht können wir hier irgendwas machen, was ich noch nicht gesehen habe. Können wir den Wagen... Können wir den Wagen... Ah, ja, 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 ja. Erstmal hier auf den Wagen drücken. Können wir einen neuen Wagen machen? Sie sagen, wow, ich mach mal direkt so ein Flugzeug. Dann diese Felgen. So sieht der schon ganz anders aus und ich will den in Rot einfach mit dem Finger drüber wischen. So. Andere Seite auch. So. Andere Seite auch. So. 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 So gefällt der uns schon viel besser. Jetzt müssen wir den aber auch erstmal waschen. Unseren Flitzer. So. So. Jetzt geht es zum Waschen. Beim Mühlfahrten. Beim Mühlfahrten. Glaube ich. Ja. Und Dr. Panda wird auch, ne? Okay. Dann geht es jetzt vielleicht auf die Strecke. Oh, ein Rang gegen die Schildkröte müssen wir, glaube ich, fahren. Okay. Erstmal anschnallen. Das haben wir. Ja. So. Okay. Und jetzt. Gas gegen, glaube ich. Oh, wir dürfen nicht zu, aha, wir dürfen nicht zu schnell fahren. Bei den Kurven müssen wir, glaube ich, ein bisschen langsamer. Wow. 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 Das ist ja cool. Wow. Das ist ja cool. Wow. Wie cool. So fahr, fahr da, fahr da. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wow. An den Kurven sind wir immer zu schnell. Oh nein. Ich bin Zweiter. Das war aber nicht so gut. 37 Sekunden für diese Strecke. Oh nein. Dr. Panda ist nicht erfreut. Gar nicht. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal fahren. So, nochmal mit dem gleichen Wagen. Waschen brauchen wir diesmal nicht. Ab direkt zum Rennen. Diesmal müssen wir Erster werden. Die Zuschauer warten schon und unser Gegner selbstverständlich auch. Oh. Jetzt geht es, glaube ich, gegen den Wurm. Wow. Was für ein cooles Ding hat der denn. So, anschnallen. Panda. Diesmal werden wir gewinnen. Ich habe es im Gefühl. Hupen können wir auch. Und das geht ab. Diesmal sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wow. Das war eine coole Strecke. Wow. So ein bisschen dosieren die Geschwindigkeit. Und jetzt sind wir Erster. Yes. Sehr gut. Wie viele Sekunden haben wir dafür gebraucht? 34. Drei Sekunden schneller als eben. Das ist doch super. Und wir haben gewonnen. 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 Yes. Und was gibt es für eine Überraschung? Okay. Ein neues Teil. Und das ist, glaube ich, auch das Thema. Man muss immer wieder neue Teile freischalten. Bei Doktor Pandas Racer. Und wir sehen hinten jetzt das Foto. Mal schauen, was wir jetzt hier alles wechseln können. So. Wir machen ein neues Fahrzeug. So. Ein ganz Verrücktes machen wir. So. Das ist ein bisschen blau hier. Mal gucken, wie schnell das Flopanda jetzt damit ist. sein wird. Und was für ein weiteres Teil wir sonst noch freischalten. So. Einmal kurz waschen. Dr. Wann, Panda, vorsichtig. Du bist nass. So. Dann geht es jetzt weiter zum nächsten Rennen. Wir müssen natürlich wieder gewinnen. Für Kinder ein super Spiel. Ab null Jahren geeignet. Gerade für ganz kleine Kids. Super toll. Oh, wow. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Das ist ein richtiges Geländewagen. Echt cool. Da müssen wir natürlich gewinnen, um vielleicht ein paar Teile abzustauben. Wow. Wie kriegen die so einen Wust am Anfang hin? Gehen. Ab, Dr. Panda. Cool wäre eigentlich, wenn wir auch mal eine Strecke nehmen können. Auch Gold dabei. Seht ihr das, Leute? Wow. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Yes. Sogar, na, ich wollte schon sagen, Bestzeit. Aber so ist es noch nicht. Wir haben gewonnen gegen den Hund. Und mal schauen. Ja, wir haben einen Teil von ihm. Leute, Dr. Panda Racers, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen, dann einen Daumen nach oben. Leute, kein Problem. Aber abonniert doch unseren Kanal. Spiel mit mir Apps und Games. Mit mir, Kahn und Nina. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.